Also es gab zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Bewegung, die als Gartenstadtbewegung auch immer mal wieder in der Presse auftaucht, die nicht vergessen ist, auch wenn sie damals nicht in großem Stil fortgeführt worden ist. Aber es gibt noch heute als Gartenstadt funktionierende Stadtteile, beispielsweise hier in Essen. Aber auch in Berlin gibt es sowas, in Leipzig gab es Gartenstadtbewegungen. Die Idee war, dass man die Stadt nicht etwa organisch wachsen lässt, sondern einen Stadtteil komplett plant, den privaten und den öffentlichen Raum komplett plant und dabei Wert legt auf eine gute Grünversorgung. Das heißt, zu den Häusern gehörten private Gärten, zu jedem Haus gehörte ein privater Garten, der damals natürlich dann auch gerne als Nutzgarten im Einsatz war. Aber dazu gehörten eben auch Bäume, Sträucher, Pflanzen im öffentlichen Raum. Die Straßen sind alle gesäumt von Alleen. Es gibt Grünflächen, Parkflächen, es gibt Kinderspielplätze, die alle eine grüne Handschrift tragen. Das ist eigentlich die Gartenstadt, die als Bewegung, ich glaube, einiges getan hat und heute noch im Bewusstsein von Städteplanern ist, aber natürlich ein Platzproblem hat. Also in reiner Form ist sie sicherlich so nicht umsetzbar für alle Städte, aber für manche schon. Wir haben vorhin von schrumpfenden Städten gesprochen. Das kann durchaus ein Modell sein für Kommunen, die nicht so ein Platzproblem haben und dadurch an neuer Attraktivität gewinnen. Das kann durchaus sein, dass esfüllen, die nicht so ein Platzproblem haben. Ja, denn da gibt es noch ein Platzraum, der nicht so ein Platzraum, und der nicht so ein Platzraum ... So ein Platzraum, die auseinigung, die sich selbstverständlich verändern.